Alter, was machen die denn mit meinem Pickup? Alter, ist ja bescheuert! Ist der ein bisschen blöd, der Typ, oder was? Da liegt mal eine Waffe drinnen, ja. Billy? Ja? Hast du die jetzt wiedergegeben? Nee. Okay, dann gebe ich dir noch eine 1,5 Million. Da liegt ein Render oben auf dem Dach. Ist das aber nicht, Alessar. Wie sie da rumsacken. Ja, fangen wir an. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall bekannt als... Wo bist du denn, Billy? Du bist der Arter, oder? Ja. Der möchte mitkommen jetzt im Pickup. Ey, Vorsicht, der hat mich wieder! Was soll denn das? Ey, Kollege, was soll das denn? Mach das, mach das mal lieber! Ey, lass mal stehen! Ey, wo ist denn Arter? Ey, wo ist denn Arter? Ich halte ja mal ganz fällig aus. Hier, der steht im Parkplatz echt. Der bescheuert mit seinem großen Tanker? Ey, los, wir fahren dem mit seinem großen Tanker hinterher. Den nehmen wir mal zur Raison hier. Ja, ey, du hast doch eben hier rumgepöbelt. Ist das dein Truck oder was? Warte eben, Arter, jetzt lauf nicht wieder weg. Eben, ständig, ständig. Ja. Der will ich sich haben, bin hier jetzt. Lauf nicht weg, hier! Ähm... Ignacio, einsteigen. Komm, wir holen uns mal den Tanker. Der hat mich gerade zu mir mal weggerannt hier. Der hat mich 3 Millibits zahlt. Ja, danke. Na, 2,5. Wo ist denn der jetzt? Dings von uns, oder wo? Drei. Rechts hoch. Dann holen wir uns den mal eben schnell. Kann ja wohl nie wahr sein. Ey, Billy, wie kommst du denn auf 2,5? Er kommt... Er kommt links wieder. Er kommt links wieder. Dann waren's drei. Ich hab 2 mal 1,5 Millionen jetzt rausgeholt. Dann waren's zwei, drei. Und nicht waren's 2,5. Kann doch nicht weg sein, der Typ. Da vorne ist er. Der ist noch am Marktplatz. Nein! Doch, der fährt noch am Marktplatz rum. Der Tanker? Ja. Ja. Der raumt jetzt gleich den... Jawoll, den Zamak. Die sind gleich aus einer Bude raus, ey. Ich geh am Samstag deck farmen, er scheiß drauf. Ja, da gibst du mir vielleicht auch noch eins machen. Da ist er. Na, die Bollerei macht das jetzt glaube ich schon, ne? Soll ich dich auch noch mal Ten schenken? Wieso nicht? Wieso nicht? Aber mit Munition. Dürfen wir dem hier vorne jetzt an der Brücke eigentlich beschießen? Nee, noch nicht. Du kannst ihn nicht aufhalten. Da darfst du nicht weg jetzt. Der raumt jetzt nicht weg jetzt. Machen wir mal ganz kurz meine Maske drauf. Der raumt dich sowieso. Der raumt dich bis du tot bist. Da schießen raus. Boah, ich hab Leben verloren, alter. Okay, weiter geht's. Du willst nicht raus? ja das ist flucht aber das ist aber schon dass die cops doch hier in kavala rumrennen ich hab den jetzt getötet jetzt reichts aber jetzt von handy verpasst glaubt da irgendwie wie ein klopfer immer mal die schnauze voll so eine kunde jetzt wird die noch faktik nach der weise und es ist wahrscheinlich gar nicht seiner mir ist das egal wir lassen entstehen wir sagen in scheruze bescheid so scheiße dann packe ich schnell meine knarre in kauf herum zack keine knarre dabei ich verwirschte aber nicht dass die jetzt teils an oder so ja das habe ich auch da ist alleine der wohl nicht auf die hauptstraße setzen wir stehen da wie die kacke ich hab mich gerade verpisst mit meinem jeep schnell weg ja muss das nie haben klärt das mal ich hab die mk1 dabei ach der hat sich leer verpisst guck mal das ist mit dem moritz getrennt jetzt nicht mehr da ist ja combat block ne was hat er das jetzt in der garage drin ich bin bei der garage gerade gewesen die drei bambis war ich nicht alles viel entspannter dann war gerade restart gell nicht gleich herum kümmern und kommen die mit dem hunter ist mir schlecht er verzehrt sich lebe geklärt ist in der nägel des dealers ist was hochgegangen was dickes ist mir jetzt gerade scheißegal ich hau erst mal vor die bullen ja ist in ordnung ich spazier auch mal davon weil ich habe jetzt den mord an der kacke hier euch hören ja schon erfährt ja nicht der brettert ja leute ihr müsst sich werden leute ihr müsst euch immer eines bewusst sein frauen die mit die hacken klacken kannst du auch beim hacken klacken kennst du nicht den spruch frauen die mit die hacken klacken kannst du auch beim kacken hacken ja sag ich ja aber ich kann dazu da ist was hochgegangen aber ich renne leider ich ich sehe ja gar nicht hier beim drug dealer ich bin ja echt beim drug dealer ja das ist vor dem drug dealer ein stückchen das ist nicht mehr beim drug dealer eigentlich ach das ist drüben beim turm irgendwo kann einer kurz zu mir rankommen ich habe einen unfall gebaut habe jetzt kein toolkit mehr auf der fickte scheiße der hunter steht hier der hilfe du sollst schnell ins hq fahren und dann ist er dem mord von der liste ok dann fahr ich ins hq kommt mich jemand beschützen im hq ich habe angst wer du hast denn offroad ich habe auf heute jetzt ja ja dann kannst du mir kurz ein toolkit weil da sind drei von mir drin ja ich komme wo seid ihr ich bin in der nähe von dir was muss denn du los da ist doch was hoch auf 8 muss dran sein muss ich nur ein bisschen aufpatschen und davor ich gehe weg ist nicht den begriff aufpatschen ja dann ich hab da fantasien im kopf wenn ich da vorne seid ihr bei die häuser der dial station und dann um die uhrzeit ja ich nicht fahr jetzt nicht zum haku ich geb ihm erst die repkits und dann fahr ich zum haku kannst du auf der straße stehen kannst du sie ja jetzt habe ich meine da unten steht ein da es gar ist wollen wir nicht mehr meine antwort geben wo ist ihr satz wir sind nach dem kawal an ende vom zwischen der dhl-paket mission und ich bin in der nähe am dhl-paket scheiße aus für kein toolkit bringe in die vorbeigefangen ja schon tot fast ja da ist ein kreis drin ja lasst ja das ist schon klar ich habe die extra reingepackt wie die cops und jetzt bitte ich den herren adler mal mit mir mitzukommen um mich zu schützen im hauptquartier was wollte denn da genau was schützt die sache ist halt ich weiß nicht ob ich noch andere morde auf der liste ab und sind meine beine weil mein kollege er ist irgendwo hier er muss irgendwo sein irgendwo hier er ist irgendwo hier auf der graben der THW ist mit euch zur hilfe kommen mikrofon muted mikrofon activated ja ja da ist er ja gar nicht gefunden er hat vollkommen recht lol der macht volles kranke rp der tippe er legt den hier auf dem parkplatz so so ja so also geil da kann mich mal hier einer bei der leiche abholen der tipp ist mir ein bisschen zu krank mit seinem rp ich muss schnell eben hier mal kurz hier fahren also ich glaube der hat seine beste zeit schon hinterlegt ich leg die knarre dann bei dir in den pick-up ne jo hoffert mal schauen ja ich weiß es dann schlüsse ich knarre da rein ich kann nochmal ganz schnell hoch oder gerade hochgegangen ist der eine soll ich die überfallen die haben dick waffen dabei die typen haben sie ja gar nicht das ist wie ich du kartoffelkopf ja ja ich dachte du wärst das wäre ein random der da eine dicke wumme im bruchsel hat dann gehe ich jetzt nämlich rein und melde mich aber ich weiß nicht ob ich andere morde noch drauf habe das ist das problem dann bin ich nämlich erst mal kassiert glaube ich lass mich raus jetzt müssen wir den tipp glatt noch überfahren ja platz beiseite platz beiseite ja pols ist soweit stabil den kriegen wir wieder zusammen er ist in seinem hemmetag kolumbianische krawatte verreckt helfen sie ihm lebt dauerlässer er stirbt uns nicht weg da haben wir schon wieder oh Gott das warte 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 dankeschön das war meine tatu also ja was hast du zu dem gesagt zu dem komischen tipp was du hast doch irgendwas gesagt zu dem achso der ist in seinem hemmet per kolumbianischer krawatte verreckt muss mir mal ganz kurz noch geld beim atm holen dann nochmal ganz kurz der lässer hier auf mit so groß übern starten übern starten binden was macht ihr da schon ja sie trollt jetzt die meinte auto verdammter willi alter ok jetzt gehts ich darf herrschen mit einer hatchback wenn du nicht fahren kannst weil ich 17 fps hab ach so dann lass ich mich lieber fahren hier auf jetzt gell ja ähm wie machen wir das jetzt e-gear 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 jaja ah ja du heißt es ja anders ab boah äh leute wie war das nochmal mit dem ausweis zeigen leute wie war das mit dem ausweis zeigen äh windows taste jup klar ich setz mich denn äh aufs casino drauf ja muss ich jetzt hier im dreck liegen Sachen machen wieso Ben das ist guckzack nur wir haben einen wir haben so eine Art Hausmeister auf der Schule der ist äh der sitzt immer einfach so mitten im dreck drin ja auch im Schlamm einfach sitzt der da und kratzt jetzt die meinte auto sonst wirst man taser dann verhaftet und dann verhaftet was ist denn der jetzt schon wieder weg ey ne ich hab nur da umgetroht ich fahr mich mal zum casino hin dann setz ich mich da auf das dach drauf wenn was passiert was ist denn hier im casino? wutsch ich gar nicht dass hier im casino liegt äh äh komm ich mal stell zum casino äh geradeaus den weg entlang 200 meter äh wenns daran hapert ich weiß noch nicht wo das casino ist ja jaja deswegen erklär ichs dir ja gerade ja woh wohin warte du bist auf kulanzt in Bonn oh du bist schon total falsch warte jetzt musst du die rechte nehmen die rechte danach die linke die linke Leute wir haben ein Problem jetzt die rechte jetzt haben wir ein Problem jetzt haben wir ein Problem gut jetzt wieder die rechte ja nichts mehr rein hier ist das casino das ist ein casino das ist ein casino das ist auch ja hier kannst du dich aufs dach legen und dann kannst du voll geil das Ding ins rein snipen das ist ja cool das ist ja was für dich IG eigentlich komm ran hab nur ne katiba ja ist doch voll geil ich hab auch noch ne mxm mk1 äh mk18 habe ich heute verloren mit zwei beiden dms und mhco wie hast du es verloren wurdest gekillt ach schau so ja wer da äh irgend so ne schwule hopp fuh mit dem deutschen folgt gar nicht gefallen ja wir sind das deutsche auf altes ne was ist jetzt mit äh ist der denn schon im haku drin oder was und was jaja schon lange aber ich seh ihn nimmer der war vorher dann da vorne am platz gestanden weiss nicht was mit dem da haben der redet dann nimmer mit uns der Durk ja ich glaube der ist grad voll im rp drinnen ja der hat aber gesagt wir haben ein problem hat er doch kurz einmal gesagt der läuft da rum wie so ein aufgeschrecktes kaninchen wie schon behindert ne schwa da kommt er wieder ach so oder rennt nicht der hoppelt boah ey hat ey der gott sei dank der hat mich laufen lassen weil ich mich wie in der sache jetzt selber gestellt habe hat er die anderen morde so gelassen ja gut das war ja klar der hat ja gesagt wir sollen ins haku kommen dann wird das geklärt das war ja jetzt mehr wie arschig gewesen dann den anderen scheiß ja da sitzt er ach schade ich hab 5 morde immer noch aufm konto achja du bist ja gestern verreckt und nicht verhaftet man ach wir haben gar keinen führerschein mehr gell wir haben auch keine hudan-lizenz mehr und auch keine map-lizenz achso hier jetzt ja ihr habt ne spende aber ich hab gehört du sponserst uns ja kann ich machen führerschein zahl ich euch beiden wo ist jetzt denn ihr zwei wo ist jetzt denn ihr zwei ja wir sind da auf dem Casino gewesen ja fahren wir heute mehr weiter oder ganz vergessen ne wir sind jetzt zu viert oder zu fünft leute wollen wir Chemiefabriken hinfahren und gucken ob da welche mit Waffen sind mhm können wir machen alles roger herzen dann stellst du dich da hinten drauf oder